Herzlich Willkommen beim Stream von The Division. Ich muss mal kurz schauen, ob jetzt alles korrekt funktioniert, weil ich krieg hier bald ne Macke. Okay, das funktioniert. Ich mach einwandfrei. Das ist gut. Sehr gut. So, dann können wir jetzt mal starten. Oh Gott, ey. Hat er erzählt ja gebraucht. Naja, ich hab jetzt auch den Tonleiter gestellt, weil ich gemerkt habe, bei den Streams war es wirklich zu laut. So, die Mission hat sich abgeschlossen. Dann muss ich noch die Nebenmission da machen und dann auch das da machen. Ja, dann muss ich das da sagen. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk dran. Du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Ich übermittele die Koordinaten. Ich übermittele die Koordinaten. Da. CIH. Wie ist weg? Der Alta der Stoße. Sie ấyologne zum Treffen, das ist schon aus dem Hier. Ich bin fast, ich bin allesالم verstehen. Ja? Da. Warnung! Eintreffende Gegner! Bringen wir's hinter uns! Warnung! Ware wird geschossen! Warnung! Eintreffende Gegner! Warnung! Eintreffende Gegner! Warnung! Ware wird geschossen! Warnung! 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 Eintreffung! Wo denn? Nach der hinten! Scheiße! Ja, dann stirb einfach. Das ist voll für mich. Ich mag es dir nicht. Das ist ein Geben. Wo geht's denn? Warnung! Eintreffung der Gegner! Warnung! Eintreffung der Gegner! Eingefallen! Weck mich! Ich lade noch! In Gas! Warnung! Haltestelle! Verschwinde einfach von hier! Nimm das! Oh, hallo Agent! Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit! Danke, Kleiner. So, als nächstes nach dort. So, wo kann ich denn noch übersehen? Und was soll ich das hier denn? Ich wiederhole Phase 1 erfolgreich! Steter Strom! Tanks halten stand! Und... Oh mein Gott! Allen, die mich hierher geschickt haben, mein Herz! Wir werden überrannt! Sie töten alles und jeden! Ohne Ausnahme! Und dann mache ich dieses Gelände! Und dann mache ich dieses Gelände! Also das dort hin! Man, ich bin es nicht mehr gewöhnt, so wenig Munition dabei zu haben, ehrlich gesagt! Scheiße aus! Guck mal, hier! Guck mal nix! Ehh! Aber nur noch Flugzeug sieht so scheiße aus! Da kommt noch was, ich werde diese Arschlöcher erledigen. Ich habe was für dich! Wir müssen weiter Druck machen! Schade. Ich habe keine Kopfschlöcher. Ich nehme es mit euch allen auf! Oh! Das war ein guter Kampf! Das ist alles, was du später machen. Wenn das alles vorbei ist, meine ich. Oh, ich leg mir einen heißen Schlitten zu und fahr nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeige ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Ohohohoho. Markierte Position in der Nähe. Oh man, das wäre ein Ding! Oder die schnell aus diesem Fett! Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das hört mich auf! Komm schon, komm schon! Schildsversterben! Verdammt, sei keine Gnade! Der Koffer ist reich! Der Koffer kommt jetzt nicht ab und 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 ab. Warnung, Feindkraften näher in sich. Wo denn? Wo denn? Die Kämpfe ist schlecht. Ohne Sie, wäre das ganz anders ausgegangen. Verdammt. Was war das denn? Was war das denn? Warnung, Feindkraften näher in sich. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Warte, dreht doch nie immer. Kein Mordschutz. Kein Mordschutz. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Perfekt. Perfekt. Ohne Sie, wäre das ganz anders ausgegangen. Oh mein Gott. Allen, die mich hierher geschickt haben, mein herzliches leckt mich. Ich stehe knietief in Leichen, was die Cleaners wie die Fliegen anlocken dürfte. Ich glaube, wenn ich nicht gegrillt werde... Okay, dann gehe ich erstmal schnell zum Safehouse. Nur in der neuen Version. Denken wir noch mal ein Willi-Kids ein. Sowieso nicht so viele. Sie machen gute Arbeit. Die Cleaners wollen Ables und Opinion. Nur nutzlos an mir. Denken wir safe aus, bin eigentlich gleich mal. Jetzt mal einfach mal die. Ich schätze, hier war schon mehr. Der Nikolaus war da. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Der Nikolaus war da. Was kann ich denn heute zum Will verarbeiten? Das da, das da, oh Gott, ich die SPS schon sehe, denke ich nur, was für eine Scheiße. Aber gut, egal, äh, weg damit. Oh Gott, ich wollte mich verarschen. Oh, noch so viel Zeug, das kann ich vielleicht mal behalten. Ne, ist an die Augenwild. Wann gibt's eigentlich mal irgendwas, was ordentlich ist? Nach Geld habe ich doch genug, Mensch. Wir sehen uns wieder, ganz klar. 570.000. Ja, das reicht erstmal. Hey, man glaubt's nur, wenn man's sieht. Agent, ich werde Ihre Kontaktperson bei Schwierigkeiten in diesem Gebiet sein. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine äußerst umformelige Präsenz attestieren. Ich fühle, dass Ihre positive Kraft zu einer Atmosphose von Energie ergänzt werden wird. Falls ich etwas höre, gebe ich Bescheid. Danke, Alter. Ist top secret. Und vermutlich kennt nicht mal der Präsident jedes Detail. Glaubhafte Abstreitbarkeit, Leute. Beschissene glaubhafte Abstreitbarkeit. Ach, stimmt, ich will ja gar nicht hier was machen, fällt mir grad ein. Ich bin hier total verkehrt. Ich muss ja jetzt da her. Wir werden überrannt. Sie töten alles und jeden ohne Ausnahme. Verdammt, bitte die Schleusen sprengen dann. Käpt'n, die haben ein... Und dann werde ich das Gebiet hier oben wahrscheinlich machen. Du kannst kaum erwarten, die Beine hochzulegen. Dann geht es weiter hier hin, dann geht es weiter hier hin. Oh Gott, das wird alles noch dauern. Na, und erstmal zurück zum Operation. Wir flitigen den App. Wir flitigen den App.